So, mach dich bereit. Du bist hier. Rase zum Wildcats Baseball Stadium im Südosten. Das ist die Frage, wo wir zuletzt aufgehört haben. Also in der letzten Folge zumindest, wo ich aufgehört habe. Wo ich ordentlich verkackt habe. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, den Boost hier auszunutzen. Damit wir einen Burnout bekommen. Und dann eine Burnout-Serie hinkriegen. Wir müssen noch bald nach links abbiegen. Irgendwie. Bääääh. Scheiße, ich glaub hier bin ich sowas von falsch. Oder? Nö, nicht unbedingt. Nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Nö, ich ff, nö, 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 ff, nö. Hm. Zwangsläufig. So, jetzt würde ich immer, oh, oh, mal hier nach rechts abbiegen. Uäh, rechts abbiegen, oder? Scheiße. Ich glaub, Echo, das hast du ordentlich verkackt. Ach, wo? Ah, nein. Ah, ja, soviel dazu. Shit. Ach, Avril Lavigne. Dim, 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 dim. Hey, hey, you, you, did it. Da ist ein Gelber. Was ist das für Einer? Da darf ich mich nicht berühren, denk ich mal, oder? Ne. Hä, wer ist denn jetzt? Ah, der Gelbe. Da ist ein Gelbe. Was ist denn der Gelbe? Was ist denn der Gelbe für einen Fall? Ja, das bin ich, du Idiot. Ich bin nicht selbst. Scheiße. Ich bin so schlau, ja. Oh, links. Mist. Das wird mal wieder nichts. Ich komm mit diesem Auto auch überhaupt nicht klar, muss ich sagen. Oh, das liegt jetzt nicht unbedingt an dem Auto, aber... Doch, es ist keinem Auto. Mist. Scheiße. Du kannst die kürzeste oder die schwierigste Strecke wählen. Schneide deine Strategie auf deinen Wagen zu. Das war DJ Atomica mit ein wenig Crash-FM-Philosophie für jedermann. Ja, du mich auch. So, nochmal neu. No, it's not a secret. Hey, hey, yo, yo. Na, start bereit. Du bist hier. Spaghetti Western. Gerade zur Lone Stallion Ranch im Westen. Okay, das ist relativ geradeaus fahren. Das sollte noch klappen. Ähm. Hoffe ich. Nimm den Mund jetzt nicht zu voll, Eko. I want to be your girlfriend. Bäh. Das ist wirklich eigentlich nur ein geradeaus fahren hier. Ist das gar nicht. Again and again and again and again. Okay, nochmal Boost Pool. Da wäre jetzt eine Abkürzung gewesen. Hier ist eine Abkürzung. Hö! Nichts passiert. Alles. Ey, was sollte das denn? Hallo? Was war denn jetzt mit der Steuerung los? Scheiße. Ey, das ist doch unfair. No, it's not a secret. Ah, nee. Ich denke, ich muss noch einen. I want to be your girlfriend. Scheiße. De, 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 de. Hö! Den können wir gleich mal noch... Hö! Mitnehmen, Alter. Hö, ho. Boah. Hö! Scheiße, schaffe ich das? Mist. Ich bin genau neben diesen Typen. Yeah! Uhu, ha, ha. War doch jetzt gar nicht so dumm. Okay, wollen wir es mal wagen? Hui! Alter, jetzt bin ich hier oben. Äh. Ach, jetzt hätte ich da durchfahren können. Bam! Ich gehe jetzt nochmal hoch. Yeee! Wow! Hä? Wieso zeigt der, dass ich links abbiegen soll? Da war doch gar nichts. Ja, erster. Endlich mal ein Rennen geschafft. Mal wieder. Ha! Ich bin der König. Ich reiß gerade meine Hände nach oben. Ihr seht's gerade nicht. Hihi! Ich freue mich. Du hast gewonnen. Erster Platz. Yeah, Motherfucker. Aufwertung. Fünf Siege. Ach so, noch fünf Siege. Dann kommt die nächste Aufwertung, oder wie? So, was ist jetzt das hier, wenn ich jetzt von hier aus starte? Hallo? Hallo? Ey, du sitzt. Lohnort machen. So. Das ist ein Rennen. Du bist hier. Ja. Rase zum Country Club im Nordosten. Was? Oh, da verfranz ich mich doch wohl. Dass die mich immer überholen müssen. Gleich beim Start. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Ja, nämlich die Abkürzung. Bringt die mir überhaupt irgendwas? Außer diese kleinen Sprungschanze hier. Wow. Das war knapp. Ah, hier kann ich wieder durchrasen. Schau mal, schau mal. Schaff ich das? Nee. Ich hab die jetzt nicht geschafft, aber das hier schaff ich. Bäm's. Sau cool. Und hier nochmal. Jawoll. Bäm. Bäm. Wieso? Die sollte man schon ab und zu mal sein. So, irgendwann muss ich jetzt hier nach links. Anzeige. Wann muss ich nach links? Anzeige. Wann setzt du mal den Blinker? Es wäre schön, wenn du den Blinker jetzt irgendwann setzen könntest. Damit ich weiß, dass ich richtig bin. Ah, jetzt. Haha. Also der bremst ganz schön stark ab. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, schießen wir einfach mal hier. Hier durch. Höh. Höh. Was haben wir hier? Fuel. Ich bin sowas von Fuel, ey. Da war's auch schlecht. So, das. Da war wohl eine Abkürzung. Aber die sind relativ schwierig zum Meistern. Meister. Also wenn jetzt hier auch noch Leute rumlaufen würden. Das wäre ja richtig super krass. Und wenn man die auch fahren könnte. Nein, das wäre, das wäre wirklich krass. Das wäre nicht unbedingt schön. Vielleicht lustig. Krass. Aber nicht schön. Ja, ich denke mal, das könnten wir jetzt auch schaffen, so wie das hier aussieht. Ah, Boost ist okay. Denn nutzt man das doch einfach mal aus. Und ich denke mal, dann werde ich mal wieder die Karre wechseln, weil ich finde die los. Die gefällt mir gar nicht. So. Paradise Belohnung 12 von 60. Gut. Du hast gewonnen. Erster Platz. Yay. Aufwertung noch. Vier Siege. Der Hunter Vegas kurzt gerade durch Paradise City. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Och, ist das Ding hässlich. Der Hunter Vegas. Ne, ich will jetzt erstmal die Karre wechseln. Und das so schnell wie möglich. Deswegen gebe ich immer ein bisschen Boost. Boost, 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 Boost. Was ist das? Warum ist da oben jetzt ein... Hä? Warum ist da oben jetzt ein... Ein Zeitmesser auch. Was heißt das? Schliftwitsch? Was soll ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Hui. Was soll ich denn jetzt hier machen? Wieso ist da oben eine... Oh. Ah. Ja. Das kommt davon, wie man auf die Uhr guckt. Hey, die Uhr ist ja immer noch da. Ich weiß nicht, was das heißt. Läuft also gleich ab. Wir werden es also gleich erfahren. Ich fahr jetzt mal noch ein Weichen. Driftwitsch hält den Rekord. In was denn? Was denn? Wer ist Driftwitsch? Keine Ahnung. Okay, erstmal die Karre wechseln. So. Paradise Autos. Oh. Ich finde die Kiste eigentlich ganz cool. Nicht schlecht für den Anfängerwagen, was? Bam. Die nehme ich dann doch erstmal weiter. Oh, Lack. Lackaffe. Ach, mehr habe ich noch gar nicht. Okay. Ne, denn das ist mal blau. Obwohl... Ne, nicht rot. Ja. Das kann man mal machen. Fährst du ein Stuntauto wie dieses, kannst du die Boost-Anzeige am schnellsten durch Rampensprünge, Barrel-Rolls und Flat-Spins aufladen. Ist ja echt auch cool aus in Rot. Hat was. So, dann schauen wir uns doch mal an, was können wir als nächstes tun. Blau sind also einfache Rennen. Was ist das? Hier, das sieht aus wie Stunts oder so. Fahren wir mal da hin. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wiedersehen. So, also hier lang. Oh, wie ist das gerade diesig geworden? Kann das sein? Was ist denn mal das doch immer für Zähler? Was hält sich mal? Guckt ihn, was denn? Steigt da nicht durch. Atomica sagt mir auch nichts. So, hier ist jetzt ein, eine rote. Ach, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wer da ist, guck mal, wer da ist. Oh, den komm ich auch nicht ran. Scheiße. So, wo würde ich jetzt hin? Ich glaube, hier hin sogar, ja? Kann das sein? Nee, hier würde ich nicht hin. Dann war es das Grüne da oben. Dann war das jetzt hier, wo ich hin wollte. Stuntrennen, genau. Stuntrennen, kombiniere die wildesten Sprünge, Rolls, Spins und Drifts, um innerhalb der Zeit die vorgegebene Punktzahl zu erzielen. Okay. 5.000 Punkte. Äh. Ach, es gibt schon Punkte, wenn ich Boost gebe. Wie cool ist das denn? Okay, jetzt gibt es keine, kaum noch welche. Ha! Klapp vorbei, gibt auch keine. Okay. Äh. Okay, das könnte also relativ schwierig werden. Scheiße. Ach, guck mal, da oben wäre ich eine Schanzie gewesen. Ist das hier eine? Yeah! Oh! Das wollte ich so, ich bin so gesund. Scheiße. War es das jetzt? Nee, ich kann noch weitermachen. Hui! Es gab auch ein paar Punkte dafür. So 2.000 haben wir schon. Okay. Yeah! Jetzt kriege ich gerade kaum Punkte. Scheiße. Ich brauche unbedingt welche. Wo sind denn hier Sprungschanze? Kommt schon! Ich sehe auf Anlieb keine, weil zu ekelhaft diesig ist das Wetter. Ja! Boost! Äh. Ja. Das ist sehr gut, was ich hier... Mist. Hm. Ist ja ein Traum. Hallo? Scheiße, ich glaube... Irgendwie haut das nicht so richtig hin. Finale Zeit abgelaufen. Das heißt, ich habe... Deine... Ach, da sind meine Punkte. 12.000. Ach so. Und der Multiplikator hält noch an. Okay. Ich habe 12.000 Punkte. 7.000 Punkte sind 5.000. Ah, jetzt habe ich es. Mist. Ich warte jetzt... Yeah! Oh! Und Kombus zu Ende. Toll. Tja. Super. Oh. Uhuhu! Du hast gewonnen! Yeah! Dein Ergebnis. 45.000 Punkte? Was? Wer habe ich denn das gemacht? Der Gong-Hindergrund macht mir Angst. Beste Offline-Zeit. Haha. Da, wo ein Häkchen ist, sehe ich jetzt hier gerade. Das habe ich schon gemacht, oder wie? Okay. Das habe ich also... Was ist denn das mit dieser Oma da oben? Also die Zeit, die abläuft. Okay. Das habe ich also alles schon gemacht. Das kann ich nicht machen, wie es aussieht. Da brauche ich den Opus. Glaube ich. Wenn das ein Auto ist. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, ein einfaches Rennen, die Blauen. Einfaches Rennen. Okay, komm. Das machen wir noch. Rase zum Country Club im Nordwesten. Mhm. Okay. Dann wollen wir es mal versuchen. Alter, aber irgendwie sieht das Wetter gerade richtig merkwürdig aus. Oder es ist gerade einfach bis dunkel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es scheint so. So, ich bin erst mal Erster. Also kann ich ihn etwas ruhig markieren. So halbwegs. Hö. Ja. Vielleicht soll ich noch ein bisschen mal auf die Tue drücken. Sicher, sicher. Ihr könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Also, dass ich jetzt hier so ein Let's Play mache mit... No, das ist praktisch mit einem Rennspiel. Weil, wie gesagt, es ist relativ schwierig mit einem Rennspiel, einem Let's Play, dazu was erzählen und so weiter. Also, ich habe die Sicht gewechselt. Ah, okay. Ah, okay. Mit Y kann man die Sicht... Du zu wissen. Ah, der ist kaputt. Da oben. Worteil. Hä? Wo fahr ich denn hin? Hä? Scheiße. Mist. Oh, und kein Boost mehr. Das ist ein Traum. Scheiße. Oh. Das schaffe ich nicht. Ah, nein. Oh. Dritter. Scheiße. Ja, das ist wohl richtig. Aber... Komm, ich will noch ein Rennen hier machen. Ein Rennen gewinnen. Okay, Baby. Boah. Relativ weit. Mittlerweile fahren wir auch schon mit Licht, so wie es hier aussieht. Ist ja gut, dass es hier auch Tag- und Nachtwechsel gibt. Ich glaube, man konnte sogar... Ich bin jetzt... Ich bringe einen anderen Fahrer ab, um ihn zu crashen und einen extra Boost zu kassieren. Aha. So wie jetzt, oder? Ähm, ich möchte mich auch, äh, oder meine mich zu erinnern, dass man irgendwo den Einstellungen oder irgendwas mit der Tageszeit noch machen könnte. Glaube ich. Okay, trotzdem, wie gesagt, ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das mit dem Let's Play Burnout, überhaupt Rennspiele, wenn ich das jetzt zum Beispiel mache. Ähm, wollt ihr mehr sehen? Wollt ihr gar nichts mehr sehen? Ja, das wäre mal interessant zu wissen. Ansonsten würde ich das bloß mal ab und zu mal spielen, so nebenbei. Wie gesagt, es wird auch nicht jeden Tag eine Folge erscheinen, gehe ich mal davon aus. Ich weiß es auch nicht genau. Das ist so ein Spiel für zwischendurch jetzt einfach mal. Ne? Gut. Dann werde ich jetzt erstmal in Ruhe weiterfahren und ein bisschen boosten. Und wenn wir dieses Rennen beendet haben, ist auch erstmal ein Folgen-Pois-Line. Wahaha. Das war knapp. Wow. Ist eine Abkürzung? Hier war ich aber auch schon mal. Bam! Ich glaube, hier war ich auch schon. Und hier war ich auch schon. Ne, doch nicht. Ich bin... Was? Wieso bin... Wo sind die langgefahren? Alter! Scheiße, ich habe mich aufgepasst. Ich war total falsch. Scheiße, ich habe gepennt. So viel dazu. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie findet ihr das? Scheiße. Wir finden das scheiße. Du kannst nichts. Lass das sein. Okay, aber ich bin gerade den... Den Leuten gerade wieder auf der Spur. Es sind ja noch 5,3 Kilometer. Die könnte ich also noch einholen. Ey, das ist gar nicht mal so leicht, wenn man sich ja seinen eigenen Weg suchen soll. Man bekommt hier bloß ab und zu mal so einen Hinweis, wo man... ...langzufahren... ...oder wenn man langfahren sollte. Aber es ist nicht gesagt, dass es immer so richtig ist. Also, klar. Ja, doch richtig. Aber ob es ein guter Weg, ein schneller Weg ist. Man muss sich... Nein! Wieder gepennt. Scheiße. Okay, an der nächsten Kreuzung versuch's einfach mal. Ich will's ja nicht großartig... Genau, er blinkt nämlich. Zack. Scheiße. Nee, ich glaube, jetzt habe ich keine Chance mehr. Jetzt ist es wirklich verkackt. So, die nächste auf jeden Fall links. So. Bam! Haha, Takedown! Ein bisschen Boost. Alter, schon wieder? Das gibt's doch nicht. Kann man das... Scheiße, man kann nicht neu starten. Mist. Alter, das ist gar nicht so leicht. Ich kann... Ich kann... Er kommt nicht hoch. Er hat noch Schieße. Mist. Nee, das... Das Rennen kann ich also wieder vergessen. Toll, gibt's Boost. So ein Traum. Ich hätte jetzt hier hochgemusst. Ah. Mist. Nee, das kann ich... Guck mal, der... Der ist schon im Ziel, da eine Typ, da. Eigentlich kann doch das Spiel sofort abbrechen, wenn der erste im Ziel ist, oder? Weil das ist ja... Weil du musst ja sowieso immer gewinnen. Dann komm, wenigstens eigentlich noch überholen. Bäh, 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 bäh. Das ist auch nicht gesund an die Karre. Na ja, los, Sechster wenigstens. Wenn ich jetzt nicht gerade Scheißen bauen werde. Mist. Da ist doch schon das Ziel. Es macht Spaß, ein paar Strecken auszuprobieren. Aber verirr dich nicht. Dein Kompass weist dir den Weg zur Ziellinie. Wenn du dich verhielst, kann er dir helfen, den richtigen Weg wiederzufinden. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Die ist ja lustig, die Tante. So, da mache ich jetzt erstmal wieder einen Folgen-Päuslein. Und dann sage ich, haut rein, fahrt nicht besoffene Auto. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Burnout Paradise. Das hast du dann. Tschüssi.